Herzlich Willkommen zurück zu Echo mit dem Gorobai. Inventar auf B ist auch ne Scheißsache, ne? Ich hab das immer offen und dann mach ich das halt mit Tab. Stört mich jetzt mittlerweile gar nicht mehr, dass es da oben ist. Also ich hab das nach oben rechts geschoben. Hab ich jetzt auch gerade gemacht. Ja, guck mal. Lauf mal in die Richtung und guck, ob wir irgendwo Summen finden. Kommst du mit? Oder wolltest du? Ja, warte, ich muss einmal kurz was essen. Ich hab auch noch Essen, aber ich kann's dir nicht geben. Das ist halt das Doofe. Wir müssen theoretisch ne Kiste mitschlören, damit wir uns eins ein bisschen hin und her schieben können. Auch keine dumme Idee eigentlich. Ne Kiste mitzunehmen? Ja. Könnten wir machen. So, ich bin dabei jetzt. Hast du ne Kiste in der Leere? Ne, ne? Ich bin dabei. Ne, hab ich nicht. Baue ich jetzt auch nicht. Okay. Komm! Gehen wir mal ohne los. Ja, komm! Ich hab einen Bogen. Ja. Also wenn wir einen Bison sehen. Dann werden wir den abschlachten, meinst du? Also mit einem Hirsch kriege ich mit zwei Schuss zu. Warum rennst du denn so? Wir haben doch gar kein Essen. Ich hab rohes Fleisch in der Tasche, das geht schon. Ja du, ich hab nur Bohnen. Ich hab auch Kaktusfrüchte. Du weißt, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Das wär geil. Hast du ihm einen Baum gefällt, ja? Nein. Schon lange her. Das ist ein Hirsch. Warte mal. Zwei Hirsche. Ein Hirsch! Ach, den Hirsch. Immer gegen den Wind, Niffi. Jetzt schon. Jawohl! Jetzt rennt er weg. Ich glaube nicht, dass wir beide die perfekten Jäger hier sind. Das ist ein gefährliches Ökosystem, was du so nicht darfst. Ein Bison auf rechts. You must obtain authorization to shoot Gorobai. Du stehst im Weg. You don't need to shoot me. Das Bison können wir mal versuchen, ja. Clock. Ach, jetzt hab ich ihn in den Baum geschossen. Oh, den muss ich dreimal treffen. Oh, der hat den Pfeil im Rücken. Ja, das ist voll übel, ne? Noch einen. Ich weiß nicht, dass du so... Vier Pfeile. Daneben. Ich kreise ihn ein. Das mit dem Bogen ist echt anstrengend. Oh, ist das übel. Was ist das denn für ein geiler weißer Boden? Ist das Sand? Ja, Sand. Das ist Schnee. Nee, ich kreise ihn ein. Wieso rennt der denn so... Bist du auch noch da? Ja, ich bin da. Der rennt ganz schön weit. Ab ihn! Yay! Kannst du ihn looten oder ist das mein... Ja, du kannst ihn looten. Das ist Fleisch. Oh, da müssen wir Bäume erwachsen. Guck mal. Das sind Pilzbäume. Was habe ich jetzt im Inventar? Ein Fleisch? Wie heißt denn das? Äh, musst du... Müsst du einen Wurzak haben. Bison. Oh, gibt noch zwei. Ja, da gibt es vier. Vier Kilo. Ich will einmal gucken. Vier Kilo ist schon heftig. Wo bist du jetzt? Hier an dem Baum hier. Hier oben. Ach da. Wollt gucken, ob ich die Seeds von dem Baum hier abrummeln kann. Was ist denn das hier für ein Stein? Ist das Gold? Äh, ja. Wächst bei uns aber auch. Ja, Gold wächst ja auch immer. Ja, klar. Das ist überall bekannt. Oh, nee, das Wasser ist einfach nur schwarz. Dann wird ein Fackel mitnehmen sollen. Es wird jetzt Tag, Nefi. Aber das ist ja Schnee, ne? Müsste. Oh, was ist das hier? Kann ja mal schaufeln. Ist das Wasser? Nee, das ist trotzdem Erde. Das ist Wasser, ja. Das Ding ist, wir wissen halt auch nicht, wie Pilze aussehen, ne? Nee. Wie sieht ein Pilz aus? Na, jetzt in dem Spiel halt. Wahrscheinlich klein und weiß. Wir können schon achtmal dran vorbeigelaufen sein. Du kannst doch nicht jetzt den nächsten Bison killen. Du kannst doch auch haben. Oh, er läuft wie so ein Häschen. Links, rechts, Alter. Hier wächst ganz viel Mais. Kannst du mitnehmen. Mais nehme ich mit. Ist auch gut to have. Besonders die Maisseeds. Aber wir dürfen nicht so viel, hast du gesagt. Ja, wenn wir Maisseeds haben, ist doch gut. Aber ich habe noch keine Seeds. This plant is dead. Aber warte. Ah, jetzt habe ich Seeds bekommen. Nice. Ich habe 16 Maisseeds. Hier diese blaue Pflanze. Und die haben wir nicht. Wo ist er denn jetzt? Hier. Der Bison ist da hinten. Der Bison ist da hinten. Ich habe Weizen gerade bekommen. Weizenseeds. Cornseeds. Cornseeds, Weedseeds. Habe ich alles bekommen gerade. Cornseeds? Du weißt, dass Corn ist Mais. Und Weed habe ich auch bekommen. Da ist das Bison, dass ich angeschossen habe. Das war noch ein Pfeil im Kopf. Lauf zum Wasser. Och, come on. Ach, guck mal. Jetzt ist er in der Ecke. Jetzt macht er hier Frontalangriff. Der kommt. Ab ihn. Jawohl. Geh down. Aha. Hast du. Ja. Ich habe nur noch ein Fleisch. Eben hatte ich noch zwei. Ich habe eins. Uh, Raw Meat gibt voll viel Essen. Aber hier ist schon wieder Wüste und Wasser. Oh, was machen wir denn jetzt hier? Wo kriegen wir Pilze? Wir brauchen Pilze. Pilze. Ich würde ja sagen unter Bäumen oder so. Dort sind sie zuhause. Pilze. Wie soll es hier rumrennen? Hier sind Tomaten, die abgammeln. Die müssen wir retten. Hüpfen hier und dort und überall. Wir sind da. Das sind die Pilze. Was ist das denn hier? Eisen. Ja. Das musst du jetzt mit dir rumschleppen. Ja. Ich kann doch trotzdem einen Bogen benutzen. Bin auch OP, Mann. Bin auch OP, Junge. Wenn ich was Geileres finde, lege ich das weg. Pilze. Pilze. Pilze brauchen es feucht. Unter Bäumen hätte ich gesagt. Schattig. Ja. Ja, in einem Wald. Aber hier ist weit und breit kein Wald. Der Wald. Oh Gott. Oh, was ist denn das da unten? Das Wasser? Das Wasser. Hm. Vielleicht sollten wir einfach mal auf M gucken. Auf die Map. Oh stimmt. Man kann ja auf Mushrooms sehen, ne? Genau. Und dann auf Map. Wo ist Mushroom? O, P, Q, H, K, N. Bei N hört es auf. Warte mal. O, P, R. Schwabs. Schwrooms? Gibt es Schwrooms? Tortoise. Ne, Tortoise ist ein Schildkröten. Underwater. Urchin Water. Weed, Weed. Oh, ganz alphabetisch ist es irgendwie auch nicht. Ganz unten fängt es auch nochmal bei A an. Weed. A, B, C, N. Gibt kein M. Gibt keine Mushrooms. Ne, gibt es nicht. Ah, hier. Die heißen Krimini Mushrooms. Krimini? Mit C, R. Ganz oben oder unten? Ganz oben. Ah, da. Aber Show in World. Schlecht aus irgendwie. Da. Oh Gott, da ist eine Stelle gibt es hier. Lila. Die ist sogar in unserer Nähe. Warte mal, ich droppe mal. Kann ich da ein Waypoint? Ach, da hinten ist die Lila. Genau, wenn wir jetzt gerade ausgehen, kommen wir da hin. Siehst du das? Wie droppe ich denn da jetzt ein Waypoint? Wir müssen einfach dem Wasserweg folgen hier. Das ist eigentlich hier nur dem Wasser entlang und da hinten ist ein Wald. Lass die Karte mal auf, dann siehst du das ja. Ja, ja, du kannst die ja auflassen, Dings. Hier, hier lang. Das ist natürlich dumm, dass ich jetzt... Ach so, ah. Ja, kannst du die Map auflassen und dann siehst du das. Bock auf den Truthan, Go? Ich hätte ja jetzt so Bock auf den Truthan eigentlich. Der hat einen Pfeil im Kopf und lebt einfach noch. Was ist das? Guck mal. Ich sehe den nicht. Ach da. Ich habe keine Pfeile mehr. Toll. Der muss jetzt damit leben, Levi. Der Arme. Ich lasse den auch in Ruhe jetzt. Ich auch. Hier müssen wo Pilze wachsen. Da vorne. Da, wo du fast bist. Guck mal, es ist sogar lila. Wenn du Show in World machst, wird es sogar lila oben auf der Oberworld angezeigt. Ach, Mensch. Ah, hier wachsen sie. Ach, hier sind die Waschwurms. Wir nehmen nicht die roten mit, glaube ich. Hast du jetzt rote mitgenommen? Ich habe die roten gleich mitgenommen. Du bist echt mutig. Das sind die guten. Ich nehme viele mit jetzt, ne? Ja, mach das. Auch die roten. Ich habe auch mal schon Spores bekommen zum Anpflanzen. Stimmt, ich auch. Ja, dann haben wir ja eigentlich genug. Du hast die roten jetzt auch mitgenommen. Ja, ein paar lassen wir noch stehen. Ja. Fürs Ecosystem. So, jetzt müssen wir nur noch nach Hause. Äh, ja. Ich mache erst mal die Map wieder anders, dass es mir nicht ein World Map zeigt. Oh, hier ist ein Wolf, Levi. Ich habe gerade keinen Fall. Ach, nach Hause ist eh noch geradeaus. So, guck. So, hier sind noch ein paar Pilze mit dir liegen. Es sind noch Muscheln. Kannst du die noch einsammeln? Nee. Alter, hier wachsen richtig viele Pilze. Wie taucht man denn? Äh, Steuerung. Du brauchst hier gerade die Muscheln rein. Ja. Die hätte ich gern. This plant is dead. Das ist aber eine Muschel. Versterne, das Spiel. Pflanze, Muscheln, alles das Gleiche. Gummibär. Okay, wenn man das mit der Map wirklich nutzt, dann kriegt man das ja richtig so wie so ein Leuchtanzeiger. So, hier. Das ist ja gut dann. Also, das leuchtet auf jeden Fall sehr gut. Das vereinfacht alles doch um einiges. Und übersehbar leuchtet das auf jeden Fall. Hier wachsen auf jeden Fall andere Bäume. Wenn wir die bei uns mit... Oh, ein Fuchs läuft hier rum. Knack ihn weg, Nephi. Naja, ich hab keine Pfeile. Kannst du das echt nur mit Pfeilentieren töten? Nicht mit der Axt oder so. Was ich auch nicht verstehen kann. Aber gut. Aber gut. Hast du schon mal einen Jäger mit einer Axt im Wald gesehen? Ja. Oh nein, ich kann keine Berries mehr tragen. Und voll bis oben hin. Gummibär. Big Stomach-Skill hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich krieg nicht mehr so schnell Hunger. Profi-Schneim. Das hat sich wirklich gelohnt. So, tun wir mal das Erz hier hin. Ey, die Erde wächst in meinem Lager, die ich da reingepackt habe. Wie wächst denn das? Also, da wächst Gras drauf, wenn das länger liegen bleibt, um das zu befähigen. Ich dachte gerade, da kommt mehr Erde raus. Das wäre geil. Okay, warte mal. Meine Kiste mit Seeds erstmal füllen jetzt hier. Ich hab hier wieder ein paar. Mais-Seeds. Tomaten-Seeds. Wheat-Seeds und Wheat. Tue ich auch mal da rein. Bison-Fleisch. Pilze. Soll ich denn jetzt hier noch Fern-Sports? Ach, guck mal. Farn kann ich auch anpflanzen. Und Gras hab ich auch Seeds für. Mushroom-Sports. So, und jetzt kannst du das Skill-Book dafür machen, ne? Richtig? Richtig. Das müsste richtig sein, auf jeden Fall. Farming-Skill-Book. Ordern. Fünf Minuten. Na gut. In der Zeit kann ich noch mal gucken, dass ich mir noch ne Kiste mach. Ach so, mein Fleisch kann da ... Wo Fleisch kann ich eigentlich ... Das rohe Fleisch kann man gut wegschnappulieren. Das ist ganz gut gerade. Ja, wobei, das kannst du, glaube ich, besser ... Ja, klar, es geht immer besser. Du kannst auch Tomaten und Mais besser anlegen. Wir sind es ja trotzdem die ganze Zeit, ne? Ja, jetzt gerade, aber das Fleisch ... Das gute Fleisch, Defi. Das können wir tauschen. Das können wir handeln. Das können wir handeln. Denk an den Handel, Defi. Den Wandel. Merkandalismus. Ja, Handelwandel. Humblebundle. Humblebundle. Hm. Dieses Video ist gesponsert von Humblebundle. Nein. Schön wär's, sagt Nefi. Schön wär's. Doch, nee. Ich weiß nicht, wenn die dir nur ein Spiel stellen und die Kohle dafür geben, dass du sie erwähnst, dann können sie das ruhig machen. Ja, why not? Na, was wollen die sonst? Was erwarten die denn noch? Reicht dir das denn nicht? So, hab ich das jetzt hier, muss ich das noch enablen bei den Storages. Achso, nee. Die Chests sind gleich enablen. Naja, gut, dann passt das ja. Irgendwie sind die Chests sofort aktiviert, aber der Rest nicht. Ganz komisch. Kann ich dann hier unten Seeds reinmachen? Wenn ich eine Seeds-Chest hab, so wie Nefi. Kann ich ja umbenennen, ne? Warte mal. Nee. Die kann man umbenennen. Ach, dass man das auch genau reinziehen muss. Das hier... Ja, verstehe ich nicht, dass das da hin soll. Nee, keine Ahnung. Wo soll das hin? Wo soll das hin? Was ist das hier? Muschel. Muscheln erstmal anpflanzen. Erstmal anpflanzen die Muscheln. Was macht man ein Buch? Ach, fünf Minuten, ne? Kann ich sonst noch was in Auftrag geben? Wir brauchen noch Ziegenfleisch und Hasenfleisch. Was ist Ziegenfleisch? Ja, es sieht aus wie eine Ziege, ist aber eigentlich ein Elch, angeblich ein Elch. Also ein Elch. Ziege. Das ist so geil. So was fehlt ja nicht. Nee, ne? Nee. Da musst du bestimmt noch was skillen für, damit du Leder aus den Bisons gewinnst. Ach, das hier, das order ich auch gleich mal. Das geht noch nicht, okay. Da musst du so ein Ding erstmal über den Kopf ziehen hier. Also warum da das Gras im Haus auch wächst, das finde ich ganz doll anstrengend. Ich müsste eigentlich den Boden mal ausziehen. Ich habe auch den Boden überlegt, ob ich den aushebe, ja. Verschwinden die, fallen die Tische denn runter? Ich glaube nicht. Ich meine, ich fände es krass. Mist. Ich kann meinen Stockpile nicht durch das Fenster erreichen. Muss ich mit der Erde rauslaufen. Ich lege die hier vorne hin. Digi-Digi-Hool. Digi-Digi-Hool. Ich gucke jetzt auch. Ich habe das Gras doch schon mal geschnitten in meiner Bude, aber irgendwie. Ich auch, aber es verschwindet ja nicht. Es wächst einfach nach. Es wächst immer durch die Tür rein. Ich habe gehofft, dass es einfach vertrocknet irgendwann, aber. Digi-Digi-Hool. Digi-Digi-Hool. I am a drop-edder Digi-Hool. Digi-Digi-Hool. Das macht doch keinen Spaß. Wenn wir da mal ganz ehrlich sind. Kann ich meinen Stockpile von hier draußen? Ich müsste mein Haus, die Stockpile... Ins Haus machen. Ins Haus irgendwie integrieren. Geht denn das? Kann ich eine Kiste eigentlich abbauen, ohne dass mir die ganze Scheiße um die Ohren fliegt? Oh, das weiß ich nicht. Ich probier's. Und? Es wird in die anderen Chests gepackt. Auch smart. Weil dann kann ich hier nämlich... Also ich komm zum Glück durch mein Fenster an meinen Stockpile dran. Das ist... Ja, ich ja nicht. Das ist ganz doll scheiße. Wird jetzt mega spannend, Leute. Aber ich kann das mit diesem Grasboden nicht mehr dulden. Wir heben unseren Boden aus. Ich kann das nicht mehr dulden hier mit dem Grasboden. Ständig die Ungeziefer hier drin. Stell dir vor, du machst das in echt. Einfach mal den Boden wegbuddeln. Vor allem, man muss den ganzen Boden wegbuddeln. Das ist total Schwachsinn. Du musst immer... Ich muss immer wieder rauslaufen und die Erde irgendwo hinpacken. Die Freude in seinem... Das kommt auf mein Stockpile jetzt. Das crafte ich nachher kaputt. Die Freude in seinem... Es ist ja mal cool, dass es mal nicht... Also kein einfaches Spiel ist, sondern auch mal ein bisschen... Ein bisschen was fordert, ne? Jetzt sagen die Leute, seid ihr blöd? Warum macht ihr das? Mit Stein wäre das viel effizienter. Ich weiß nicht. Kann ich aber eine Steinschaufel mehr raufpacken? Nee, äh... Du kannst 20 auf einer Schaufel tragen, aber nur, wenn du das vorher in diesen Wagen gelegt hast. Und den Wagen kann ich noch nicht bauen, weil ich diese Bretter nicht bauen kann. Sonst hätte ich das gerade gemacht. Hätte ich uns beiden Wagen gebaut, aber geht nicht. Dafür brauche ich jetzt einen Lumber-Skillbook. Und dafür brauche ich irgendwie Kleidung? Stoff brauche ich? Ich habe keine Ahnung. Ich werde einen Stockpile haben, nur mit Holz. Nur mit Erde, ja. Ja, ich auch. Ich stelle mir jetzt gerade so ein Echt vor. Durchs Fenster kippst du erst mal so Erde immer raus, so. Hä? So baut man Häuser. Wobei, ich glaube, man könnte es auch smarter machen und nur die Erde an der Tür wegmachen. Dann kommt das Holz nicht mehr rein, glaube ich. Das ist Gras. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Ja, aber ich habe ja Gras. Das ist ja überall gewachsen. So, weißt du? Das wächst ja neu. Und was ist, wenn das einfach unter dem... Du kannst das doch mit einer Sichel abmachen. Ja, aber dann hast du ja immer noch so einen Stumpen da dran. Stimmt. Scheiße. So. Alter, mein ganzer Stockpile ist so noch mit Erde gerade. Ja, meiner auch. Ey, aber die Sachen können doch schweben. So viel Physik ist dann doch nicht hier drin. Achso, ja, ja, klar. Hätte ich dir eben noch sagen können. Sonst hätte ich das ja nicht angefangen. Aber wenn du Erde in die Luft packst, das rutscht runter. Ich meine, Holz kann ja auch schweben, wenn du es nach oben packst. Aber Erde rutscht runter. Das ist ganz komisch. Ist gemacht, damit du unter der Erde nicht so eine Scheiße baust, glaube ich. Wie viel Erde kann so ein Stockpile eigentlich tragen? Ich weiß. Ich meine, er ist auch schon mega hoch, glaube ich. Ich will das gar nicht draußen sehen. Ich sehe nur noch im Fenster so Erde. Ich sehe gar nichts mehr. Wie viel Erde kann ein Mensch ertragen? Das Holz, was da auch noch drauf ist, das wird immer die ganze Zeit umgelegt. Ja. Alter, ist das viel Erde. Oh Gott. So, nehmen wir uns mal 15 Bodenbretter mit. Oh, ich muss noch mehr Bretter bauen gleich. Ich habe gar nicht genug. Ich glaube ich auch. Das verbraucht doch schon einiges, so ein Boden. Ja. Aber wir verbrauchen zum Glück nicht mehr so viel Holz jetzt im Boden. So. Okay. Noch mal ein paar holen. Zack. Okay. Ich fühle es mir wisch, dass der den immer umlegt. Wenn du da Holz wegnimmst oder so, dass er dann die ganze Schicht nochmal umsortiert. Das ist irgendwie wert. Ja. Das ergibt auch nicht ganz so viel Sinn, dass er das immer macht. Ach so, liegt das besser. Ich glaube, dass er es gemacht hat, damit es schöner aussieht. Einfach nur. So. Habe ich es nicht langsam mal hier? Ich kann auf jeden Fall nichts mehr sehen jetzt. Mein Stockpeil besteht nur noch aus Erde. Meine Haare. Ach so, ich kann dir die Böden schon mal in Auftrag geben. Warte mal. Äh, Workbench da. Das ist ne smarte Idee, Nifia. Das ist ne smarte Idee. Äh, Unilog. Äh, ich weiß nicht. Wie viel brauche ich denn? Zähl dich jetzt wirklich ab? Eins, zwei, drei, vier. 25 habe ich jetzt erstmal in Auftrag gegeben. 67, 89, 11. 18, 19. Ah ja. 70? Ich weiß nicht. Mehr Platz für Erde, auch für Stockpeil jetzt. Ja. Kannst du tippen? Okay, ich mache mal 60. Es wird dunkel. Entweder ist es dunkel hier wirklich drin oder... Nee, es wird dunkel. Vor lauter Erde vorm Fenster wird es dunkel. Mal Fackel anmachen hier. Ah. Das ist bestimmt totaler Schwachsinn. Ihr hättet das so und so machen können. Da gibt's ein Tool für. Da machst du einen Klick. Dann ist der Boden ausgehoben und... Aber, äh, mein, mein, mein... Wir haben ja eine Anzeige neben den Skills. Das Runde da. Neben dem Essen. Das ist eigentlich fürs Haus. Da habe ich noch keinen einzigen blauen Fleck drin. Da ist eigentlich so ein blaues Feld drin. Wenn du ein ordentliches Haus hast. Vielleicht müssen wir erst eine Tür bauen, damit das zählt. Keine Ahnung. Für die Quest hat's ja gezählt. Ja, für die Quest hat's gezählt. Dann kannst du ja daran schon mal nicht liegen. Vielleicht liegt's echt am Boden. Ich frage mich, ob er das Holz, was er jetzt gerade craftet, in den Pile da packt. Ja, macht er direkt rein. Okay. Also so war's bei mir zumindest. Ja, und dann habe ich meine Tür oder mein Haus. Oh, ich hätte unter den Wänden auch nochmal müssen. Da blitzt das jetzt grün rund. Echt? Oh, okay. Dann mache ich das so. Ich habe gerade überlegt. Oh, du hast recht. Oh, scheiße. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich habe keine Lust. Nee, das mache ich nicht. Fuck. Ich habe gerade überlegt. Mach ich das? Ach nee, das sieht man ja nicht mehr. In Minecraft geht das ja auch. Und jetzt sehe ich das gerade. Ich so, ach scheiße. Ja, ich hätte das machen müssen. Ich auch. Egal. Irgendwann wird das eh alles durch Stein ersetzt. Dann machst du es eh nochmal. Wie schnell das Gras nachwächst. Ich habe hier unten den Boden. Eine Etage Tiefel, da wächst schon wieder Gras neu. Also die grüne Farbe. Nicht die Büschel, sondern einfach nur die Textur. Die wächst da schon drüber. Oh, krass. Mein Stockpile ist voll. Nein. Wie kann ich dann jetzt nochmal was lernen hier? Meinst du? Bei Research? Ich habe hier ein Wood Construct Skill Book. Das hast du doch schon gelernt. Das habe ich schon gelernt? Nein, das, äh, 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 Alter. Ja, das müsstest du gelernt haben. Das habe ich dir gegeben. Achso. Dann habe ich es dann nochmal gebaut. Gut. Smart. Und sonst war das wie? Äh, mit der Maus draufklicken. Farming Skill Book. Read to Jane's skill or share with other players. Ja, das könntest du mir jetzt geben. Aber ich habe es jetzt schon gelernt, oder was? Du hast, äh, du, wenn du da rechts klickst, kriegst du eine Rolle. Und damit lernst du es. Kriegst du so einen Zettel. Und damit lernst du es auch. Ach. Oh mein Gott. Wie viele habe ich denn jetzt created? Hast du ein paar für ein ganzes Dorf gemacht? You already know this skill. Okay. Du kannst mir jetzt halt eins geben, theoretisch. Ja, brauchst du so ein Farming-Dings? Na klar, gib, gib, gib. Wenn du es schon gelernt hast. Ja, ich habe es jetzt gelernt. Ich habe noch ein paar über. Sag mal, wenn du bei mir rüberkommen solltest, oder so. Ja. Guck dir mal mein Stockpile mit Erde an. Ach, Mist. Oh nein. Bist du dir jetzt nicht weg? Jetzt hast du sie, ne? Ja, ne, darum geht es nicht. Ich wollte hier die aus meinem Inventar. Ich wollte halt nur einen raus machen. Aber ist ja völlig egal jetzt. Ich komme mal rüber zu dir. Ich mache das mal. Hui. Ich habe fast 15 Skillpoints. Dann kann ich ein Campfire machen. Boah, der Stockpile sieht aus. So hoch, Alter. Die Erdwand, ey. Ähm. Du hast ja die Kiste. Ich mache da einfach das Skill-Dings rein, ne? Du kannst mir eine Rolle geben, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Buch geht bei mir. Ja, müsste dann gehen. Ich habe dir eins reingelegt. Ach so. Müssen wir mal gucken, ob das reicht. Du, die Folge wird auch wieder viel zu lang, Nefias. Ach ja. Das war ja auch mega spannend, die Folge. Muss ich ja mal sagen. Ja, wir haben Erde verdingst. Ich muss immer noch meinen Stockpile nochmal angucken. Oh, ich muss meine Fackel auch nochmal ausmachen. So viele Sachen, die ich machen muss. Fackel mache ich erstmal aus. Gucke ich mir meinen Stockpile nochmal an. Ja, das lasse ich so stehen mit der Erde. Das finde ich gut. Ich glaube, so viel Erde werde ich nie brauchen. Sieht aus wie so ein Anbau. Ja, wie so ein schlechter Anbau. Ich glaube, die Sachen hier, die sterben demnächst, wenn ich nicht mal was richtiges lerne. Und das stirbt. Was meinst du, deine angebauten Sachen? Ja. Warum sollten die sterben? Weiß ich nicht. Weil die kein Wasser kriegen? Man wird es mal sehen. Man wird es mal sehen. Wir informieren uns. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns. Bis dahin. Hau das mal rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.